Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Leech. Wir spielen mit Jinx und haben einen total assi-Gegner. Ja, das ist so derbe, ey. Was gehe ich denn als erstes? Hallo? So, jetzt. So, und. Zack. That lag at beginning? Okay. Oh, wie? Ich weiß nicht. Sinx steht auch Lust rum. Ja, gleich mal CC mit. Die haben halt hier, overall, Alter. Schade, das nicht. Ich wollte gerade sagen, Alter. Was war das denn? Dich krieg ich trotzdem. Ich weiß schon mal hier. Pott. Hier Pott. Tja, nicht getroffen. Aber ich verwolle da gerade schon mein Mana, ey. Ohne Ende. Hab dich. Ich war noch drinnen, Alter. Was? Der ging daneben? What the fuck, Alter? Einfach nur. Jawohl. Oh, der ist noch drinnen, der ist noch drinnen. Ja. GG, Alter. Wie geil ist das denn? Ah, Jinx, ach, äh, äh, nicht Jinx, äh, Dings ist zurückzinscht, ist zurück im Spiel. Sehr gut. Bisschen Heilung fressen. Noch mal ein bisschen Schaden auf den freien Mann. Oh, ma, ich hasse diese Kacke von ihr. Müsse alle reinrennen, Alter. Das ist so geil. Ging leider ein Stückchen daneben. Oh, shit, what? OMG, Alter. Ihr habt das alle geschlachtet. Oh, Gott. Oh, Gott. Gebt der Weih bloß nicht so viele Kills, Alter. Ja, nicht der Weih. Der. Oh, schön, schönes Spiel von ihr. Ah, die Soraka macht Schaden, ne? Das ist echt übel, Alter. Liegt halt im Irae Element. Das ist halt nicht umsonst der zurzeit stärkste Aram-Spieler. Oder Aram-Charakter, den man spielen kann. Alter, das ist ja übel, Mann. Getroffen. Ich war schon auf Level 6, Alter. Oh, ich hab's sogar noch getroffen, Alter. Oh, da ist er auch noch mal getroffen. Sehr gut. Sehr schön. Wir haben zurzeit so ein bisschen die Oberhand. Ich hab sie schon wieder getroffen. Lol. Ja, ich muss Level 6 hitten, Alter. Los, komm, gib mir Level 6, Mann. Oh, ich hab kein Mana. GG, Alter. Ah, der war übelst der Bug, ey, grad. Ah, die Ult war ziemlich gewastet, grad. Ey, die geht mir so auf den Sack, ne? Alter, der hat eine Range, Mann. Das ist echt verdumt, ey. Hallo. Ruhig reinstellen. Macht keinen Schaden. Jetzt hätte ich die Ulti gebraucht. Ja, aber kein Mana, ne? Das ist halt das, was mich ziemlich stört, grad. Alter. Die Soraka, ne? Die geht nur auf mich, Alter. Das ist einfach so nervig, Mann. Da werden wir jetzt mal wieder Mana, ein bisschen und ein bisschen Heilung. Die holen wir uns natürlich auf den freien Mann. So, 6 Sekunden bis Ult. Sollte, beziehungsweise könnte sich's hinnehmen, aber dann nehme ich's mir halt, ich wäre volles Mana fertig. Alter, diese Animations-Bugs, Alter, das ist ja richtig derbe, ey. Alter, der alles da holt, die Kills, Mann. Ich kann nicht sagen, ich habe die Reichweite noch nicht. Alter, kaum Schaden genommen, der Tau war unser. Ja, ganz gut. Im Spiel. Hallo, Katos. Oh mein Gott, wie weit geht dir das Hinsch da rein, Alter. Das war jetzt aber nicht so pornös. Bats, trotzdem noch getroffen. Wow, ich bin so gut wie tot. Nicht schlimm, wäre erst mal ein zweiter. Trotzdem wäre es nicht gut. Not worth a notch. Der hat sich die Hotsteam-Heal geholt. Naja, du musst hier gar nicht probieren, oh Gott. Ich weiß nicht, was, was die da machen, Alter. Aber es bringt irgendwie grad nichts. Ach, schade. Nun gut. Oh, dieses Oraka, ne? So nervig, Alter. Ach, komm, Alter. Der killt aber kein, sehr gut. Mindestens das nicht. Vorrohr nehmen wir mit. Alles andere bringt sowieso nichts. Ah, die haben halt so viel hier, ne? So Oraka, Alter, alles da. Dann kommt dazu... Das ist so krank, ne? Hier, alles da hier. So Ora-Heal. So Oraka-Heal. Das ist übelst derbe, Mann. Und dann halt noch so viel CC. Was hab ich da CC bei? Die E. Ansonsten hat keiner was bei. Ja, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Ah, das ist so nerv... Ja, genau. Für einen Einzelnen, oder was? What the fuck, Alter? Alter. Ach, genau. In dem Moment steht sie da drin, oder was? Sich verkack-eiern, oder was? Ich kann nicht weiter rein. Alter, ich bin gleich tot. Wow, das war ziemlich close, Mann. Ja, die hat auch immer wieder abreißen, ne? Das ist halt ein Riesenproblem. Was, ich hab die nicht getroffen, ey? Nee, die alle drinne hocken da, Alter. Ist einfach so bescheuert, Mann. Oh Gott, ist das ein Kackspiel, ey. Na, der fällt jetzt. Oh, wir sterben alle. Oh Mann, ey, das ist so bad. Die haben so ein beschissenes Team, ey. Das ist einfach so krank, Alter. Ich glaub, er geht aber jetzt schon auf Rüstung, oder? Ja, warte mal. Da bauen wir ein bisschen anders. Da bauen wir nämlich gleich den. Er ist, Alter. Oh mein Gott. So bad. So, den packen wir noch um, den packen wir noch um. Alter, hier hab ich schon alle beide Türme, ey. Boah, fick mal die Henne, ey. Das ist ja meistens übel, ey. Da steht 1527. Das wird's da erwarten, Alter. Dieses Silence von der Nummer, das geht einfach so weit, Alter. Wo ist das Minion auf einmal? Ach, sie hat's wieder genommen. Ah, Mann. Ich hab noch keinen E-Freiher, Alter. Och, fuck you, ey. Ah, der hat komplett auf mich gehen, ne, jetzt. Wir lassen sich wieder acen, Mann. Ja, einfach zu viel Heilung hat er, zu viel davon. Ist einfach so derbe geworden. Er tankt einfach alles weg. Schade, dass es nicht mehr gereicht hat, ey. Alter, das ist ja total vital, Mann. Und schick sie wieder zurück. Oh, er hat ihn aus meiner Range geschossen, Alter. Das war ziemlich bad, ey. Oh, da steht auch noch ein Minion im Weg, Mann. Really? Nice. Nice. Allo, low. Und das war's. Das ist doch so. Low. Nice, old, bro. Oh. Ja, aber die heilen sich halt einfach zu krass, Mann, als dass du da irgendwas machen kannst gegen... Hey, Minion, last hit. Hey, Minion, last hit. Boah. Oh, no. Oh, wow. Zinscht, Alter. Was tust du denn? Wir werden einfach alle verrecken, halt, an dem Tower, Alter. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ach komm, Alter. Da hat es mich noch bekommen, ey. Ist doch langweilig, ey. Ohne Ende. Warum ist die denn schon so fett, Alter? Wie gesagt. Ach so, steht ja 10-6. Ja mein Gott, kann man ja mal, ne? Alter, die steht 10-6, Mann. Das ist ja richtig krank. Ja, aber wie gesagt. Das war schon von der Reihe klar. Also mir war zu und ist klar, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Aber einfach so Raka und Sona, Alter. Zwei Charaktere, die den übelsten Heal rausballern, ey. Sona macht ja auch noch so ein bisschen Damage mit dabei. Also, null Chance, ey. Wenn ich da reingehe, will ich verlangsamen, Alter. Aber ich mache jetzt halt auch mindestens schon mal Schaden an dem. Was ist die, die die Schaden zu sehen? Ich mache jetzt kleinesis. Was ist die, die Schaden? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott. Was ist die, die Schaden? Was ist die, die Schaden? Was ist das? Was ist die Schaden? wie viel nach rennen ja die dritte stufe der old aber das wird so oder so nichts bringt ich habe zwei level abgemacht die sind halt einfach schon wieder alle da alter die sind schon wieder alle da und kämpft im busch herzlichen glühstumpf das ist einfach so bescheuert das kann sie nicht gewinnen leiter das sind drei man aber das war es jetzt da hätte es länger gehalten was bräuchte 1075 kommt immerhin ich brauche die scheiße mich nicht mal als jetzt überflüssig jetzt das teil und reiner jungen aber wenn 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 ihre und meine ulti connecten würden also das ist ja ziemlich geil so wo wollte er denn jetzt rindern oder wird dadurch gesloten ich kann nichts machen ging 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 rein alter man die schon so fett da das ist richtig schlimmer die olle denn einmal richtig fett ist man dann ist sie halt fett wird wird es da machen na sie stirbt einfach nur durch die ulti das ist halt einfach ja zu bad und da schon grad pimmelt auch lieber in der base rum und geht noch nicht mal auf tank immer so ein bisschen ab ist ja okay aber ein bisschen mehr tank wäre auch super das war eine ult hätte man hab ich auch na gut wieder mal einlose irgendwie packen die ganzen anzeigen ein bisschen krasser da gucken ob es nach der ende der saison wieder besser wird in die preseason kommt aber wir werden sehen zurzeit ist auch nicht mehr so dass ich kein einer probleme mehr habe aber na gut dann gibt es zu gucken bis zum nächsten mal